Man munkelt, ihr habt die tausend Videos erreicht? Ja gut, dann möchte ich euch mal herzlich gratulieren dazu und ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß beim Videos produzieren und haut rein! Am 14. September 2013 luden wir unser allererstes Let's Play auf diesem Kanal hoch Seitdem haben wir tausend Videos mittlerweile auf diesem Kanal eine Community aufbauen können und einfach so viel geschafft Wir hatten so viele Projekte und es gab einfach so viele Highlights in diesen tausend Videos Lasst euch einfach überraschen, was in diesem Video noch alles geschieht Bleibt auf jeden Fall dran, jetzt geht es los mit dem allerersten Video, was es auf diesem Kanal gab Heyho Leute, heute spielen wir Slenderman The Eight Pages Das originale Slenderman, wo man im Wald nach 8 Seiten sucht Heute mit einer Facecam, da sieht man mich Ich synchronisiere das Ganze gerade nach, weil es so spät abends war, dass ich nicht mehr so ausreden wollte So war es, aber ich habe gedacht, komm, ich nehme trotzdem mal mit Facecam auf Dann kann ich mich später auch mal sehen und ja, los geht's Sag mal die 8 Seiten So, jetzt rede ich auch mal ein bisschen ruhiger damit Das auch ein bisschen horrormäßiger rüberkommt hier Äh, wie nimmt man den, ne, so zoomt man Ah, cool, da hängt einer Hä, 1, oh, ich habe den, glaube ich, eben nicht aufgehoben Muss ich mal zurückgehen, das war ein bisschen dumm Okay, da ist der Schuh rund Ja, Tatsache, ich habe mich aufgehoben So, ja, ich glaube, das Video spricht für sich sehr peinlich, sehr randommäßig, dieses Video Wir beeilen uns aber und gehen direkt zum nächsten Video über Und zwar zu Arcania, der fünften Folge Nicht der ersten, weil die ersten vier Folgen leider ohne Ton waren Hashtag professionell Hallo und herzlich willkommen zu Arcania Gothic 4 Tag Äh, ich dachte, ich werde dir Na ja, egal, was soll ich mich gerne lieber an Hörte als ein Diener König mich nicht so unterdrückt hier So, und du bist der liebe Halden oder nicht Ja Hast du den Bernstein? Ja, ich bin ja schade mit den Gesichtern Hier ist der Bernstein Sehr gut, ich habe schon alles vorbereitet Nur der Bernstein muss noch in die Fassung So, das wäre es Zufrieden? Gute Arbeit, Halven Ziemlich edel aus Aufgeregt? Wegen Ivy? Ein bisschen Mach dir keine Gedanken Sie ist ja schwanger Da wird sie nicht Nein sagen Was? Oh, du Sie hat es dir noch gar nicht gesagt? Ivy ist schwanger Äh, wie Habt ihr etwa nicht? Äh, du weißt schon Doch, aber Na, dann sollte dich das nicht überraschen Hier, nimm den Arm reif und geh zu ihr Das wird schon Okay, ja Ich habe anscheinend wieder rumgemacht Wie toll Mach ich immer mal Aber ich finde es gut, dass man was über seine Vergangenheit überfährt Was man mit dieser tollen Frau hatte Du bist schwanger? Wer hat das gesagt? Halven Dieser Idiot Also bist du's Ich habe mir immer ein Kind gewünscht Du nicht? Doch, das Das kommt nur so plötzlich Na dann Wolltest du noch was anderes von mir? Was willst du? Dir einen aufs Maul hauen Ivy gehört mir Meinst du, du schaffst das? Du Arschloch Mit dir werde ich fertig Okay, ich kämpfe jetzt gegen Knut Oh, du machst mich zum Schaf Du machst mich zum Schaf jetzt ehrlich Du musst dann nicht durch mein Schild schlagen können Das kannst du nicht Hör auf, hör auf Du hast gewonnen Lass Ivy in Zukunft Lass Ivy in Zukunft in Ruhe Hast du verstanden? Ja doch Ja Ich lasse ihn in Ruhe So, ich hoffe ihr konntet überhaupt irgendwas erkennen Die Qualität war ja unterirdisch Zum Vergleich kommt jetzt die allerletzte Folge von Arkania Okay, komm doch einfach wieder runter du Wahrscheinlich kommen jetzt erstmal wieder ganz viele Gegner Jo, hab ich doch gesagt Von hinten ist mir wahrscheinlich wieder der Golem Leute, ich hab bald keine Tränke mehr Und ich verrecke gerade sowas von Eins, zwei, drei, überladen Zack Oh, jetzt geh einfach verrecken Geh verrecken, du scheiß Golem So Okay, der Golem ist tot Okay Jetzt gehst du erstmal verrecken Da Komm jetzt Geh sterben Das hat mir nur hundertlich die Erfahrung gebracht Leute, du bist wieder aber geil Geil Ja Geile Sache Die Prophezeiung der Göttin hat sich erfüllt So, ja Bevor es euch zu langweilig wird mit den ganzen alten Videos Und wie es jetzt heute aussieht Möchte ich jetzt schon mal zu einem Highlight kommen Gleich geht es dann weiter mit alten Videos Zum Beispiel Cube World Aber jetzt kommen wir erstmal zum Highlight Von diesem Monat Aktuell ist das sogar Da habe ich mich ein bisschen aufgeregt Viel Spaß Die Leute sich nichts aufbauen So, ich hoffe, ich werde das gleich abgelöst Ich habe nur noch ein paar Blöcke Wenn nicht, dann bin ich das zweite Mal in einem Team mit unqualifizierten Spielern Nichts gegen die anderen Spieler Aber ich finde sie unqualifiziert Leute Erstmal, was macht denn da hinten Leute Das ist traurig, was er tut Das ist echt traurig, was er da gerade tut Nein, sagt bloß, es hat schon jemand einen Bogen Leute, ihr wisst schon, dass ihr scheiße seid Ja, du würdest dich jetzt außenrum bauen Wie wäre es, wenn wir uns erstmal zur Mitte bauen? Ey, du Hurensohn Hallo? Bist du ein Was ist das für ein Random? Ganz ehrlich Ich habe Angst, dass die mich abbauen, wenn ich hier draufstehe Leute Ey, das sind echt Arschlöcher Ganz ehrlich, mit so einem Team zu spielen? Ey, das ist so ein Bastard Das ist der größte Hurensohn, den es gibt Lass das doch stehen Was bist du für ein Ganz ehrlich, was bist du für ein Random? Das ist echt ein Random Ich komme mich drauf klar Meint er da wieder alles abzubauen? Was ist das für ein Muggel? Ganz ehrlich Kann ich auch Jetzt werdet ihr sehen Wie der Master sich rüber teleportiert Erstmal goldenen Apfel So, und bitte Mach du mir jetzt Platz Sonst ist gleich der Effekt vom goldenen Apfel vorbei Nein, da war zu kurz Ferien Rettungsschlein, wo ist er? Nein, ich hatte keinen Nein Mann, das gibt's doch nicht So, jetzt kommen wir wie angekündigt zu der ersten Folge Cube World vom 25. September 2013 Hallo und herzlich willkommen zu Cube World Einem neuen Spiel, was ich hier jetzt playen werde Okay, so neu ist das jetzt auch nicht Also, so alt ist es auch noch nicht Ist es, sagen wir mal, so relativ neu Ähm, ja, ich renne einfach mal weg Hier, verpiss dich So, wenn man stirbt, ist es nicht so, wie wir im Einkauf Dass man einfach alle Sachen verliert Ähm, sondern, dass man, okay, da kommt mir welche Hilfe, das ist perfekt Äh, also, ist so, dass man nicht alle Sachen verliert, sondern einfach irgendwann irgendwo anders wieder gespawnt wird So, ah, der soll mich jetzt nicht töten Weil wenn ein Gegner, so er selber getötet wird, bekommt der Gegner automatisch wieder volles Leben Auslösung, mittlerweile nicht mehr so Deshalb soll der Typ uns mal nicht mehr angreifen Und, äh, die anderen sollen mich halt, sollen mir halt erhelfen Genau, so war das gemeint So, jetzt habe ich ein paar schöne XP bekommen Ich bin jetzt aber auch fast tot Das heißt, ich drücke jetzt 5 Moin Sens zurück, meine Freunde Heute möchte ich einfach mal ein Dankeschön sagen Denn das Gamehouse hat die 1000 Videos erreicht Und, ja, in letzter Zeit haben sie uns einfach mit den Videos einfach mal zum Lachen gebracht Und es bringt einfach mega, mega Spaß euch dabei zuzusehen Und, dafür möchte ich einfach Danke sagen Und hoffe, dass noch tausende Videos folgen Und, ja, es macht einfach Spaß euch zuzusehen Also, macht bitte weiter so Denn eure Arbeit ist einfach mal cool Ich habe mich hier eingefunden, der kleine Pandi Um einfach mal Danke zu sagen Ich habe eine kleine Rakete in der Hand, die ich leider nicht wirklich starten kann Denn ich habe mein Feuerzeug nicht gefunden Ähm, in dem Sinne Einfach mal Danke, Danke Macht weiter so Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Hallo Ja, ähm Dessen Aufnahme waren wir ja alle nicht so Glücklich und wir waren ziemlich angepisst eigentlich Und jetzt haben wir aber herausgefunden, wie es weitergeht Ja, ja Durch eine kleine Hilfe im Internet, aber pst Hallo nochmal, könnte ich jetzt endlich mein Scheiß-Ticket haben? Naja, weiß nicht so recht Du kleiner Klugscheißer Ich war nicht so begeistert von deinem Klebestreich Hören Sie, Lady Ich muss zur Arbeit Und ich glaube kaum, dass der Officer in dieser Sache eingreifen muss, oder? Na schön, hier ist dein blödes Ticket Jetzt hau ab! Yay! Yes! Wir haben ein Ticket Perfekt Aber kein Geld mehr, oder? Äh, weiß ich nicht Wer wird sie hin? Nee Schlimmer So, perfekt Jetzt da rein Dem Scheiß-Ting Ah ja, da müssen wir hin Da müssen Express Das gerade war Randall's Monday Hier in einer leicht schlechteren Qualität vielleicht zu sehen Hat damit zu tun, da ich die Videos momentan nicht auf meinem Rechner habe Sondern sie wieder einzeln von YouTube runterladen musste Und dies ein bisschen bei mir dauerte Weshalb ich die Videos mit einer kleineren Auflösung runtergeladen habe Ist denke ich aber nicht so schlimm Wird alles klappen und auch nicht allzu schlimm aussehen Das einzige, wo ihr glaube ich wahrscheinlich Probleme mit habt Ist mit der Stimme Da sie manchmal sehr leise ist Manchmal dann wieder relativ laut Das Ganze anzupassen ist relativ schwer Aber ich möchte mich hier nicht weiter rausreden Ich möchte dieses Video noch pünktlich zum tausendsten Video hochladen Und wirklich die ganze Stimme hoch zu pushen von dem Let's Play Ist sehr schwer Das heißt, ich werde auch die alten Let's Plays Sozusagen mit der alten, schlechten Stimme hochladen Die nicht so viel verstärkt ist Ich hoffe es ist nicht so schlimm Aber bevor ich jetzt noch weiter euch die Ohren zuquatsche Geht es jetzt weiter mit einem Hexit-Vergleich Beziehungsweise seht ihr zuerst das allererste Hexit-Video Und wie es heute aussieht Und ich möchte schon mal im Voraus sagen Ich finde dafür, dass es der 1. April im Jahre 2014 war Was auch schon sehr lange her ist War meine Qualität da gar nicht mal so scheiße Im Vergleich zu dem 1. und 2. Video Hallo und herzlich willkommen auf Games House Heute spielen wir Minecraft Beziehungsweise Minecraft mit einem Modpack Und das Modpack nennt sich Hexit Vielleicht kennen das einige von euch Hexit ist Minecraft mit, ich glaube, ca. 70 Mods Wenn ich jetzt nichts Falsches sage Ich versuche aber auch noch die Mods Beziehungsweise einen Link zu einer Liste von den ganzen Mods In die Beschreibung zu packen Weil das sind ja schon sehr viele Und das macht Minecraft oder das Hexit hier Eher zum Adventure-Spiel als zu einem Spiel Wo man bauen muss Trotzdem werde ich hier versuchen mehr zu bauen Das Spiel ist jetzt bei mir das Cube World Was ich bisher gespielt habe Cube World war auch ein Adventure-Spiel Aber von Cube World habe ich erstmal genug Und das kam auch nicht so gut an Deshalb habe ich mir jetzt hier ein Spiel gesucht Was ich spielen kann Was Adventure ist und wo ich bauen kann Und da habe ich gedacht Ich nehme ein Spiel Hexit Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuem Hexit Let's Play Was? Nein, das ist falsch Eine neue Hexit-Folge natürlich Ja, so Jetzt haben wir schon mal was mehr Holz Und mit dem gehen wir dann unten Unser Haus weiterbauen Ich habe vergessen, dass ich Hier noch eine andere Steuerung drin habe Verkehrt sich andauernd Nein, Moment mal Hier brauchst du jetzt erst mal nochmal Stämme Bei für den Boden An dem Boden wollte ich ja eben den Slaps machen Unser Kanal hat sich sehr stark verändert Neben den Videos haben sich auch die Personen geändert Damals waren David, Janosch und Lukas noch mit dabei Heute sind es hauptsächlich Anton, Marc, Malek und ich Zwischendurch war auch mal der Felix dabei Da es nun aber so ist Dass Marc eigentlich von den aktuellen Let's Playern bei uns Derjenige ist, der neben mir am längsten schon dabei ist Und sich auch am stärksten noch verbessert hat Packe ich nun auch sein erstes Video hier rein Und am Ende ein Video, wo ich zusammen mit ihm FIFA gespielt habe Leider ist es so, dass Marc im Moment nicht mehr ganz so viel Zeit hat Wirklich selber Let's Plays zu machen Er ist aber immer bei Livestreams dabei Nimmt oft genug Livestreams auf Und ist einfach ganze Zeit mit mir am organisieren etc Also bitte sehr, viel Spaß mit einem von Marc's ersten Videos Ja, hallo Leute, hier sind wir wieder bei Gameshouse Heute habe ich das Was, äh, ja, was glaube ich schon wieder Das Spiel Snake 97 Wie ihr das bestimmt schon alle kennt Gibt es ja die Fürs alte Handy Hat natürlich früher die Eltern Die Eltern, die das gespielt haben, sicherlich kennen es noch Am alten Handy Ja, jetzt gibt es diese Neuauflage auch für iPhone Auch bestimmt für Android Ja, ich spiele es jetzt einfach mal und stelle euch kurz vor, wie es geht Ja, man muss halt versuchen hier Mit den Tasten 2, 6, 4 und 8 Diese Dinger hier zu bekommen Warte, ja, doof Man lasse es sich dabei selbst nicht auffressen, genau Und dann wird die Schlange immer länger Und ja, man muss einfach versuchen Ja, ja, das ist auch wichtig, mal vorher Hab ich auch viel an der Kette hier besucht Das ist einfach fach Ja, mein Schleich, ja, perfekt Ja, perfekt Ja, muss auch passen Ja, authentic Ja, ja, ich habe mich so Ja, ich habe mich so Ich will also Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, 154. Ja, probieren wir noch einmal das zu klagen und danach ist auch schon Schluss mit diesem Video. Also bleibt... Hallo liebe Leute, willkommen wieder zurück bei Games House mit einer neuen Runde FIFA. Und ich denke, wir nehmen jetzt mal nicht die besten Mannschaften und Oberpros, sondern irgendwelche aus der zweiten Liga. Hm, ich, ja, ich glaube ich nehme... Was gibt's denn hier da, Alter? Oh, Rest der Böder schon wieder. Nee, 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 zweite Liga hier. Ja, russische zweite Liga, stehe ich drauf. Ja, das macht dich besorgen. Ja, wir spielen mit dem pinken Ball wieder ein Team. Ich hab die eingestellt im pinken Ball. Okay, das fängt schon mal geil an. Oh, der Ball ist der Hammer. Okay, warte, ich mach das wirklich schon runter, wir blabbern wahrscheinlich eh ganz dazwischen den Kommentaturen. Und es ist einfach nur... Ihr seht es nur, wir lauen einfach dazu, später fliegen wir noch Musik an oder so. Was war jetzt los? Scheiß, Firi. Ich hab nun Verletzungen auch ausgestellt, ich hab einige Einstellungen geändert. Oh, Troll. Hast du auch die Passgenauigkeit geändert? Nein, die hab ich gelassen. Aber ich hab noch was anderes geändert. Vielleicht fällt er später noch auf. Boah, diese Mannschaften. Einfach episch. Hey, das mit dem Ball ist einfach auch so Killer. Aber die Farbe passt zu dir, Mario. Was? Pink ist einfach nur Killer. Weigens haben wir jetzt den Kontrast aller zum letzten Spiel. Da war irgendwie alles weiß. Der Ball, die Spieler und die gegnerischen Spieler. Ja, okay. Die Passgenauigkeit ist noch sehr tief unten. Zu den 1000 Videos haben wir uns aber nicht nur gedacht, dass wir einfach alte Videos hier nochmal zeigen, sondern auch neue Videos produzieren. Somit sind wir zu 8 zusammengetan und haben ein 4 gegen 4 Match Bad Wars gespielt. Ich hatte leider ein paar Probleme, sieht man später. Deshalb ist der Teil, der zweite Teil davon Zeitraffer und auch nur von mir aus in Spectator Modus. Trotzdem war es ein lustiges und spannendes Match und ich hoffe, es wird euch gefallen. Dabei waren wirklich alle von unserem Kanal. Das heißt zum einen der Mark, zum anderen der Malek, zum anderen auch der Anton, mit dem wir schon lange nicht mehr aufgenommen haben und ich natürlich. Alle Leute vom Server waren auch dabei und es hat einfach tierisch Spaß gemacht. Alle mal Hallo sagen. Hallo. Hallo. Hallo und willkommen. Komm, wir sind in einem gegen 4er Team und wir haben zufällige Teams und wir verteilen das in den Teams. Wie sieht es für Blöcke in der Mitte aus? Ich glaube einfach nur gerade... Ich wollte das Bett mal wieder ein. Achtung, wir sind da. Wir sind da. Jo, sind in der Mitte. Äh, ah ja, oben ist Brotus Gold. Okay, wir sind noch was weg. Ähm, wir haben auch Gold auf unserer eigenen Insel, wisst ihr das? Äh, Mö. Okay, Mark verteidigt, ich gehe zurück. Ne, äh, unten in der Höhle. Also unter uns trägt. Da kommt man ein bisschen komplizierter hin. Aber auch du schon hoch, Mark. Okay, ich baue mal eine Treppe darüber. Direkt in Angriff. Aber ich habe kaum Essen, also von daher. Ja, auch nicht. Ach. Ja. So, also, für mich ist das das erste Mal, diese Map zu spielen. Ich denke für euch alle auch. Ja. Was ist das? Und, äh, für die Leute, die es nicht wissen, unser komplettes Gameshouse-Team spielt hier gerade mit. Mark ist diesmal in meinem Team. Die beiden anderen sind in einem anderen Team gelandet. Kommt, ihr anderen? Nein. Ich bin ein bisschen runtergefallen. Ey, Leute, wie viel kostet ihr einen Bogen? Gold. 4 Gold, oder? Irgendwie 3 oder... Ja, 3. Ja, und der Pfeil kostet auch noch ein Gold. Ja, also 4. Bin billigster. Weiß. Ich habe 6 Gold. Warte, ich... Jetzt habe ich... 9 Gold. Was ist besser, Endstern oder Eisenblock? Eisen. Aber verbraucht nicht so viel Eisen. Wir haben nicht so viel Eisen. Ich würde eher mit Endstern im Moment bauen. Wir haben... Scheiße, die kommen schon. Nein, nein. Huch, das war ein Screenshot. Wer ist... Du bist da auch so da? Ja, kill den Typ nochmal. Ich kann nicht mehr laufen. Fuck. Er kommt. Und dann wird es vielleicht verbrut. Er wird ja nicht so. Ich kann gerade niemanden aufhalten. Äh, lauf. Ich mache mir gleich einen Bogen. Zack, ich habe einen Bogen. Ich habe gerade gar keine Rüstung. Hat die mir noch ein bisschen Rüstung? Ich habe einen Bogen. Ja, ich habe auch einen Pfeil. Achso, ja, dann gieß den gleich mal runter. Warte, ich gebe dir ein Gold. Warte. Da liegt ein Gold. Ich brauche... Ich brauche... Er kommt. Ich habe ihn nur halbwegs Leben wegziehen können. Ich habe ihn auch einmal getroffen. Ich habe gar nichts. Könnt ihr mir irgendwas zu essen machen? Ich stehe ja gerade so. Bin dabei. Bin dabei. Danke, danke, danke. Warte mal. Äh, ihr. Ihr, warte mal hinter dir. Danke. Ich kriege selbst nicht. Kein Ding. Ah, zufällig jemand. Perfekt, perfekt, perfekt. Richtig geil, Marc. Du hast einfach nur aus der Deckung gelockt. Ja. Richtig geil. Wohne sich doch weh. So. Also, ihr habt gesehen, wo das Gold ist. Hier und auf unserer eigenen Insel. Nein, anscheinend nicht so sehr, gar nicht so viel. Ja, klar. Und hier auch alle 30 Siegbungen, oder? Ja, keine Ahnung. Genau. Ähm, ihr müsst mal gucken. Petry baut sich ganz gerne außenrum irgendwo lang. Nicht, dass der plötzlich bei uns steht. Wer hat einen Bogen? Wer hat einen Bogen? Hat wer irgendwie einen Eisen oder so? Ich brauche einen Bruch. Äh, ein Eisen kann ich dir... Ein Eisen liegt da auch. Ich hab dir schon gegeben. Hier, hab's dir auch. Fuck. Petry hat einen Bogen schon. Die sind schon sehr gut ausgerüstet. Ja, haben wir die Mitte eigentlich gerade? Äh, nein. Die sind da zu dritt oder so schon. Scheiße. Ich hoffe eigentlich nur Blöcke und versuche irgendwie anzugreifen. Scheiße, äh, wo ist hier noch ein Eisen? Spannungspitz. Äh, auf der mittleren Insel, sonst nicht. Ja, genau. Hoch, egal. Wir hätten definitiv den Weg besprochen. Oh, ich kann mir nur einen Stock holen. Fuck. Was los? Ja. Wo kommst du überhaupt nicht weiter? Die schießt sich gleich ab. Ey, so warte mal, ich gucke gleich. Wo ist denn diese Goldquelle hier? Die ist unter uns. Also, wenn du hinter den... Ähm... Ja, ja. Wenn du hinter den, ähm, Bewohnern bist... Ich hab hier ein Schwert für dich. Bleib mal stehen. Bau ab, bau ab. Ah, no. Mark, bau ab. Ah, okay. Schmerz? Was ist denn hier? Hier liegt dein Schwert am Weg. Verdammt. Mark, baust du einfach nur dort ab, wo du stehen? Ich schieß dann da durch. Ach, da oben kommt er. Ich soll auch schon die Goldquelle haben. Okay, er ist down. Er ist runter. Oh, scheiße. Ich komm jetzt auch. Scheiße, Mann. Nein. So. Gold habt ihr gerade? Äh, Gold. Wofür? Ich hab mir einen Bogen holen, den Schiff. Drei. Aber das Fleisch ist hier verdammt teuer. Ist beängstig. Fuck, Alter. Ich darf den Bitter einfach nicht haben. Warte mal, ich komm mit. Was haben wir hier? Mach dich lustig ab. Warte mal, ich mach mal eine Wand hin. Oha. Heil das Leben. Ich hab keine Spielzeuge. Oho. Das ist übelst hässlich gebraut. Wo ist der? Ja, nicht hier drin, weil man haupt die Füße. Äh, Korra. Was ist im Wald? Ich kann mir unbedingt den besten Bogen holen. Was bringt's hier am Anfang? Das ist... Wo wirst du, warte mal, ich löst dich ab. Auch mit 13. Aber ohne Scheiß, wer hat den Gang zu schwul gehört? So, den Weg zu Mitte. Äh, ich damit... Lass das doch so, weil sonst könnt ihr einfach besser durchwaschen. Und wenn die einmal da hinten stehen und abschießen, äh, dann haben die nicht freie Bahn, sondern wir haben immer so Schutzwaller dazwischen. Ah, ja, okay. Das ist dagegen, wenn ich hier auch nochmal hinmache, weil ich will eigentlich nicht fliegen. Ja, mach, mach, mach. Das war eher einfach nur Selbstwort. Ja, das ist eigentlich gut, weil dadurch lenkst du die ab und wir könnten die treffen. Wir müssen die außenrum... Wir müssen außenrum bauen. Wir lenken die gerade ab, und wir müssen jetzt außenrum bauen. Also, wir lenken die ab, indem wir ganze jetzt schießen, jetzt müssen wir außenrum bauen. Für den besten Bogenschützen einen richtig guten Bogen holen. Ich hab jetzt beide zweimal hintereinander geht ab. Wollt habt ihr, ich hab fünf. Welches weiß hinten hier in der Mitte? Oh, nice. Holt sich jemand wirklich jetzt richtig, richtig, richtig viele Blöcke und baut sich dann einfach weit außenrum lang. Das wäre wahrscheinlich die einzigste Chance im Moment noch. Wow. Wow. Ich hätte hier gleich abgeschossen. Wow. Ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Gib mir mal die Glocke, okay? Äh, nee, 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 nee. Ich hab ein Leben. Das ist... Mach, bau dich da weg, bau das zu, bau das zu, bau das zu. Schau mal her, ich möchte dich... ... meinen Wolken, weil ich jetzt, ähm... ... umbaue, weißt du? Bau ab, ich baue das ein Stück wieder weiter nach vorne hin. Scheiße, das hat mich trotzdem gedacht. Boah, Alter. Ein Leben. Fuck, ich bin weg. Ja, hol ja. Brauch dich, einer war der Erste. Alter, der kann nicht mehr viele Leben haben. Ich hab den jetzt... Du musst dir immer da drüber springen, das über die Kante machen, aber... ... die sind gerade sehr, sehr gut im Ziel. Wir sind auf jeden Fall unterlegen. Kass. Boah, wie ich lagge, Leute, das gibt's nicht. Ja, aber ich teilweise auch. Ja, vielleicht ist das auch... Bleib mal kurz stehen, Mario. Na, denk ich ja nicht. Moment. Bleib mal kurz stehen. Sind die noch in der Mitte? Ich zieh die noch nicht, ne? Also, das da... Oh, danke. Ja, ich brauche mich jetzt drumherum und ich will das jetzt... Ja, wacht da... Ja, Rüstung brauche ich auch nicht, wenn ich mich drumherum... Ja, dann machen wir lieber eine Kiste. Machen wir lieber eine Kiste. Ja, wenn ich jetzt sterbe... Okay, ähm... Ich mach schnell eine Kiste und stell dir hier hin. Einmal. Und Sekunden kurz. Dreimal. Oh, das ist ganz okay. Oft muss ich jemanden treffen, dass der mit den ersten... Also, mit den ersten Bogen Level 1 treffen, das ist krass. Ach, zu oft. Mit der besten Obstum. Wie oft, sehr klar. Keine Ahnung. Geht der Bogen? Ist das Petri? Er baut jetzt außenrum. Wer baut außenrum? Oder war das ne Frage? Kann ich auch. Na, mal ehrlich, das kann ich... Werde abgeschossen. Warte mal. Jetzt was haben wir. Ach so. Ach so, das war gewollt. Sorry. So, ich komm wieder in die Mitte. Mach dir bequant. So einen langen Bogen. Wir müssen aufpassen. Wir müssen das Bett auf jeden Fall besser zubauen. Denn so viel Gold, wie die mittlerweile haben... Koran, weißt du das? Das kann ich auch machen. Das Problem ist nämlich, wenn die gleich eine Enderperle haben, sind wir so gut wie tot. Ich bin Disconnected. Wahrscheinlich. Yo. Was ist das? Nein. Bis zum nächsten Mal. Wir müssen uns aufh scannerieren. So, Badwars ist vorbei, liebe Gemeinde. Gemeinde? Ihr fragt euch, was ich mit der Gemeinde gerade meine? Ja, dann guckt euch das folgende Video an von Tom, das entstand kurz nachdem Mark beigetreten ist. Da haben wir auch ein paar Aufnahmen mit Tom gemacht. Ich schaden die Pausche einfach mal mal. Alter, was machst du? Guckst du auf meinen Bildschirm? Ich leckte wieder an, ich hatte mich gefragt, ob du trotzdem weiter spielen kannst, weil es sehr unlogisch gewesen wäre. Aber trotzdem, du guckst nicht auf meinen Bildschirm. Übrigens, liebe Hände, ich kann sich auch ein bisschen mehr auf die Ecke setzen. Wat für Gemeinde? Community. Ah. Ich schreibe doch am Ende des Spiels sehr besser. War Mario oder ich. Bist immer noch dabei, oben unser Schlachthaus zu... Ah, da oben! Fick dich doch. Wo ist Gollum? Ich hörte gerade, hier ist Gollum rasch. Ja, hab ich auch gehört. Leider. Wieso ist hier unten meine Flagge nicht eingenommen? Ich bist doch eingenommen. Weil, wovon die Leute, die das Spiel nicht kennen, wer Gollum besiegt, findet den einen Ring und kann somit eine Spezialeinheit wie Sauron oder Galendriel rufen. Und die haben es wirklich drauf, die sind OP. Ja, mein Gebäude kriegt das auch zusammen. Wie er gerade sicher festgestellt wird, Marios Gebäude zerstellt. Das tut mir natürlich noch mal leid für liebe YouTube-Gemeinde, dass die die Niederlage hier mit ansehen müssen, anstatt meinen stolzen Sieg. Und der eine Ring, du bist dumm, du musst ihn zu deinem Lager bringen, das weißt du, ne? Das weiß ich, ich habe ihn nur erstmal in mein Lager geschickt. Auch Sim leckt es gerade wieder. Aber krass, bevor ich sterbe, kann ich dich ja noch rausschmeißen. Wenn du jetzt noch gewinnen würdest, würde ich nie wieder in meinem Leben wie du Spiele spielen. Okay, wie kann ich jemanden kicken? Obwohl, ich könnte auch nochmal einen Angriff zurückziehen, um der liebe YouTube-Gemeinde mal zu zeigen, was passiert, wenn man den einen Ring gespürt. Nein! Ja, ich wollte gerade mit meinem letzten Baum als eine neue Festung bauen. Wir könnten, wir, liebe YouTube-Gemeinde, das war Herr der Ringe. Ich dachte, mit Leid 2 auf Schicke texen können. Ja. So, wir machen das ganze Spiel nochmal von gestern, dass ich in der Festung bin und dann gewinne ich wieder. Okay, dann tschö. Tschö. So, ja, die Runden mit Tom hatten einige lustige Sachen dabei, so in Anführungszeichen Insider oder Peinlichkeiten. Zum Beispiel auch in der anderen Folge der Satz, mein PC verliert Strom. Den konnte ich einfach bis heute nicht vergessen. Es war einfach lustig und, äh, ja. So, es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn die Qualität von diesen Videos noch sehr weit unten ist. Nun kommen wir aber zu einem Video von Anton. Um ehrlich zu sein, Anton hat sich nicht viel verbessert. Der Grund, Anton war von Anfang an gut. Und Anton hatte von Anfang an eine krasse Qualität, ein krasses Mikrofon und er braucht sich nicht zu steigern. Also hier, eins von Antons Videos. Damit willkommen zu Super Smash Brothers für die Wii U. Ich spiele jetzt online gegen einen, der uns angeschrieben hat, dass er gerne mit uns spielen würde. Öh, nein. Und, ja, dann gucken wir mal, wie das wird. Äh, ich denke, wir werden mehrere Kämpfe machen. Ich starte mal mit meinem ersten Main, dem Pit. Link, Samus. Okay, dann wollen wir nochmal sehen. Oh, Mann. Ja, aber sie scheint, äh, wenigstens nichts, kein Team zu machen. Das finde ich sehr gut, weil sie kennen sich ja und sitzen gerade nebeneinander. Und das hätten sie natürlich machen können. Oh. So. Komm her, Samus. So. Und Link. Link ist ein starker Kämpfer. Habe ich auch als Amiibo, habe ich mir den gekauft. Habe, äh, den auch inzwischen Level 50. Ähm, und der ist inzwischen besser als ich. Also, der besiegt mich auch inzwischen. So, komm her. Okay. Ich glaube, die sprechen sich gerade ab oder auch nicht. So. Das ist auf jeden Fall mein Sieg, wenn jetzt nichts mehr passiert. Und! Boom! Noch ein Punkt. Auf jeden Fall GG, Leute. Das war ein geiler Kampf. Auf jeden Fall. Pit. So, nice. So. Dann sind wir jetzt eigentlich durch. Eigentlich durch mit allen Verbesserungen. Anton hat sich nicht viel verbessert. Er war von Anfang an richtig krass. Meine Verbesserungen habt ihr gesehen. Malek ist ja auch neu dabei. Und er brauchte auch keine Verbesserungen mehr. Beziehungsweise ist er jetzt im Moment auf dem aktuellen Stand, so wie er ist. Und da kann man keine Verbesserungen sehen. Und er ist wirklich auch gut. Muss ich sagen. Es macht richtig Spaß, mit ihm aufzunehmen. Marc macht in letzter Zeit leider nicht mehr so viele Videos. Aber wir haben auch gesehen, wie er vorher war. Und dann ein Video mit mir zusammen. Wo man auch schon eine krasse Verbesserung, finde ich, sieht. Ja, dann kommen wir jetzt zu den restlichen Highlights. Und die sind, finde ich, unsere eigenen Projekte noch gewesen. Wir hatten Creep World, Creep World 2.0, Creep Fight und Forest Games hatten wir auch noch. Und Matip jetzt. Und ja, bald steht noch was Neueres an. Seid mal gespannt. Aber ich finde einfach, das, was mir davon am meisten Spaß gemacht hat, war Creep World und Creep Fight. Also kann ich euch jetzt schon mal zu Creep Fight einen Trailer zeigen, den ich extra geschnitten habe. Und in diesem Trailer habe ich auch eigentlich nur die Highlights, die ersten paar Folgen zusammengeschnitten. Also viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.